so und damit alle leute wieder mit dabei sein gut ja mit video haben wir das letzteren mit clear gemacht haben wir auch die sie gewonnen aber da hat er nicht reich über die typen nur haufen schießen aber nur ich habe da drin einfach durchgezogen und eine mission haben wir gemacht genau wie jetzt auch jetzt weil wir ja aber ich warte immer noch auf den anruf von nancy und anruf von noch einer anderen nancy wahrscheinlich war es die gleiche tante und diese straßenkampf mit sohn habe ich keine lust zu das können wir es noch machen aber das ist halt jetzt noch so ein bisschen okay kontakt sind hier sind ja erinnerst du dich und na klar ich weiß nicht was du ihm gesagt hast aber danke vielen dank ich habe zwar keine ahnung laut Ich hab jetzt echt keinen Bock drauf. Dieses Spiel, ne? Ich weiß nicht, ob ich das immer wieder spiele. Ich rieche es immer wieder auf. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Studio. Auf dem Weg zu einer Seidner-Mission zu machen. Ich hab mich da erwartet. Jetzt hab ich nichts. Ich weiß hier einfach gar nichts hier. Dieses Zeichen, das irritiert total. Ja, genau so. Boah, hier ist ein Kilometer, da hat mich gerade so richtig irritiert. Gut, und als City bei Nacht ist eigentlich katastrophal, weil einfach... Das lädt alles, siehst du, das lädt alles so spät, das siehst du gar nichts. Und wir haben auf jeden Fall... Die Fahrmechanik richtig gerne neu, ey. Ey, wo fährst du denn hin? Ich kann nicht mal mein Auto da... Ich kann nicht mal mein Auto da... Woh. Ich weiß. Ich weiß nicht... Die haben uns aber richtig die Leute rausradiert, ey. Mir fällt ja fast gar nichts mehr und n' Wagen rum. Oder generell an Leuten... So damit der Spiel wieder an... In Anführungszeichen flüssiger läuft. Zockt echt keine Saar. Gut, ich zock's aber. Ich bereue es aber auch immer wieder, dass ich die Spinner wieder anfangen, weil mich riecht halt echt teilweise hart auf. Ist das jetzt hier? Okay. BNS News. Wir werden auf jeden Fall mal eben... Der, äh, Onu. Joa. 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 Gut. Joa. Klar. Die Spinner von einer Brandlater haben wir als beiden zerfetzt. Ich wurde halb in die Luft gejagt. Vorner zu tun, der USB-V. Unkonventionelle Spreng- und Brandvermichtung. Ich hab die doch alle... Wir waren kaum aus der hinterlichen Station raus, als die Konzerne mit ihren Kameraden auftauchen. Haben uns gesagt, was wir im Fernsehen erzählen sollten. Zu tun, als würden sie sich um Veteranen kümmern. Wir in der Show, wir dienen mit unserem Blut. Genau. Haben uns super Implantate gegeben. Krasse Ärzte. Sogar irgendwelche Vorstandsputzis kamen vorbei. Und dann haben sie die Kameras eingepackt und euch vergessen. Genau. Und diese Implantate, die müssen wir zurückgeben. Oh, nur durch so uralte Schrottlinger. Die haben uns verarscht. Uns alles genommen und uns dann ausrangiert wie... Wie... Alles gut. Ich verstehe schon. Jetzt bin ich gespannt, was ihr uns erwartet. So, was ist jetzt hier? So... Purs ist ein Duolist. Schick dich ein Konzern? Antworte, oder ich schieße. Nein, ich heiße V. Regine hat mich geschickt. Regine? Sie kann mich mal kreuzweise. Ist die geladen? Ich habe das Interview auf dem Weg hoch gehört. Ich habe mit dem Senden angefangen, sobald ich dich gesehen habe. Ich war noch nicht fertig. Noch nicht ganz. Aber so hören die Leute wenigstens die Wahrheit. Mh. 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 Das ist auch scheißegal. Aber Regina will dir helfen. Mir helfen? Tja. Die braucht doch Selbsthilfe. Das ist mal klein. Die letzte Journalistin, die ich kannte. Meine Mentorin. Und jetzt? Tja. Die hat sich verkauft. Aber ich lass mich nicht kaufen. Ich nicht. Regina war deine Mentorin? Nicht nur meine. Sie war die beste Kriegsreporterin in Night City. Aber dann ist sie fixer geworden. Wie schon gesagt. Hat sich verkauft. Früher war das anders. Da hat man Journalisten noch zugehört. Wir haben diese dreckigen Geschäfte immer Schritt für Schritt verfolgt. Und jetzt? Jetzt kannst du beweisen, dass Holt Geld von Ammer Sacker nimmt. Kein Jungs. Das ist immer so. Warum hast du die Reportage über die Veteranen gemacht, wenn dich alles ankotzt? Damit Leute darüber nachdenken. Und Fragen stellen. So wie du jetzt. Vielleicht wird aus dem Körnchen Unwohlsein echter Widerstand. Man muss schon. Gehen wir. Wenn du verreckst, wie der Penner da, hilft das auch nichts. Doch wegrennen verändert nichts. Ich brauch deine Hilfe nicht. Echt? Nur um Regina eins auszuwischen? Hast du ihr was zu beweisen? Red keinen Scheiß. Dir ist die Wahrheit doch angeblich so wichtig, oder? Wenn du wissen willst, wie Regina jetzt ist, was sie macht, dann red halt mit ihr. Mhm. Es würde ihr echt ne Menge bedeuten. Max? Ich rede mit ihr. Doch mehr nicht. Mehr will ich gar nicht. Ja, mehr musst du ja auch nicht. Gut. Wir mussten nur noch was runterladen. Okay. Von mir aus. Warum hält? Warum trägst du eigentlich ne Sonnenbrille, Mann? Es ist doch Dupster hier. Fertig. Fertig. Wenn doch Champagner? Sind die Zigarren? Wir haben's eilig. Na los! Mach's gut, Max. Ja, du auch. Wow. Danke für die Hilfe. Bin echt froh, dass du den Sturmbock überzeugen konntest. Jetzt bin ich dran. Auftrag erledigt. Was ist das jetzt hier? Da rum sprintet der jetzt. mehr hier sie mich dann komplett verarschen wildes geschrei im toten tanz ist keine schlagzeile wert wie vielleicht gibt er bloß eine dieser maelstrom bands oder es ist was viel schlimmeres solltest du mal checken die sieht aus wie judy was hat mir in der kopf wundern und nicht tätowiert ich gebe nichts oder entlackt einfach wieder wie so so ich werde sowieso nicht die haupt mission machen kann ich nicht geht nicht 100 meter frage 100 meter wie komme ich da jetzt hin nicht jetzt kommt ein verarschen noch ein schritt ich warne dich ich werde gleich zu deinem schlimmsten alt auch jetzt wird gemordet Oh Gott, ey. Die Steuerung ist kaputt, ich hab ja mir einen neuen Controller gegönnt. Wo ist denn jetzt dieser Cyber-Psycho-Mann? Willst du mich doch echt verarschen? Ja. Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich bin klar, dass ich die Lieblings- und D-D ist. Ich weiß nicht, dass ich die Lieblings- und D-D ist. Ich weiß nicht, dass ich die Lieblings- und D-D ist. Hier ist ein Schwitter, archiviertes Gespräch, Brick und Eris. Geht halt der Nummer hier. Geht halt der Nummer hier. Geht halt der Nummer hier. Habe ich und jetzt? Habe ich doch gelehrt? Boah, was ist denn jetzt los hier? Habe ich. Oh recibir halt der Nummer hier. Oh, wie auch immer? Darn it. Where the bodies hit the floor. Gut. Darn it. Darn it. Darn it. Lindsay. Darn it. Darn it. Darn it. Darn it. 2,50 Meter Alles hier in der Nähe Hier ist immer noch nix Außer die eine Perle Hallo Sprinte Die Haustau wird mir gar nicht angezeigt, dass sie weniger wird Das war minimal Aber 215 haben wir gar nicht Was muss ich überhaupt machen 12 So, klemmt noch mal hier, bla 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 Ah Oh 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 Homer Oh nesse oh Okay Oh Ja 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 Oh Oh Oh, oh, oh oder Oder was? Ich hab mir die Sachen nicht durchgelesen. Kann mal sein, dass da irgendwie Drogen oder sonst was da drin war. Ich weiß es nicht. Mir auch echt egal. Ich hab's ja gedacht. Das war mal ein Paradebeispiel für einen perfekt ausgeführten Job. Eins mit Sternchen. Danke. Kannst du noch ein bisschen mehr Geld locker machen. Junge, was ist denn mit dieser... Gut, salo Leute, wenn ich mal seinen Namen bende ich auch mal hier das Video. So, eine Ne-Mission kann ich jetzt gar nicht mehr machen. Weil die beiden Nazis sich ja nicht melden. Und dann machen wir einfach hier irgendwie sowas. Oh, Ripper-Dog. Gucken, was... Ganz erwartet. Überfall im Gange. Wo denn? Nicht hier. Mal gucken. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne mit dabei. Würde ich ganz gerne mich hier drauf freuen. Und dann würde ich sagen... Gibt's, oder? Schönen Tag. Bist du denn jetzt? Ja, du hast rot. Pech. Ja, und gar nicht. Untertitelung. BR 2018